Hallo zusammen, ich begrüße alle Zuschauer zum heutigen Wettervideo. Man sieht es derzeit, die Sonne ist herausgekommen, besonders in der zweiten Tageshälfte. Und das ist auch mehr oder weniger schon die Einstimmung, zumindest für den morgigen Samstag. Wie das Wetter am Wochenende im Detail werden wird, das klären wir jetzt in den nächsten paar Sekunden. Und anschließend werfen wir auch einen Blick in die nächste Woche. Der Samstag wird ein freundlicher Frühlingstag. Die Temperaturen liegen bei milden 10 bis 13 Grad. Dazu scheint fleißig die Sonne. Am Sonntag teilt sich die Sonne mit den Wolken den Himmel. Es bleibt trocken bei warmen 10 bis 14 Grad. Da erwartet uns also so einiges am Wochenende. Und zu Beginn der neuen Woche haben wir zwar erst einmal so einen klitzenden kleinen Knick zu erwarten. Der wird aber rasch ausgebügelt, denn zur Wochenmitte liegen die Temperaturen schon bei um 15 Grad. Die Sonne kommt immer häufiger raus. Und im weiteren Wochenverlauf wird das immer milder werden. Es könnte sogar passieren, dass die Werte auf deutlich über 15 Grad ansteigen. Und dann könnten wir sogar auf um 10 Sonnenstunden kommen. Das ist mehr oder weniger schon das Maximum, was wir derzeit herausholen können. Also, der Frühling, der kommt mit großen Schritten auf uns zu. Lassen wir ihn hinein. Und freuen uns möglicherweise auf wunderschöne Tage dann in der neuen Woche. Mit diesen Aussichten wünsche ich allen Zuschauern ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder.